Herzlich willkommen bei Intermedia Solutions. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du für ein Video mehrere Sprachversionen live oder on-demand hochladen und in den Videoplayer einbinden kannst. Öffne den VOD Streaming CDN und lade die Videos hoch, indem du sie entweder mit der Maus auf die weiße Fläche der Seite ziehst oder über den Plus-Button auswählst. Füge in deinem Projekt ein Modulfenster hinzu. Lege die Größe des Fensters fest und richte es auf deiner Website aus. Wähle als Fenstertyp Video. Wähle außerdem dein Hauptvideo aus, das ohne vorherige Sprachauswahl als erstes auf deiner Website zu sehen sein soll. Und unter den Optionen die Auswahl Kinomodus Sprachauswahl. Lege für jede Sprache ein Video an und füge das jeweilige Video aus dem VOD Streaming und füge das Projekt ein. Speichere und veröffentliche das Projekt und öffne die Website. Das Video ist nun mit verschiedenen Sprachversionen in einem Menüpunkt verfügbar. Wenn die Sprachoptionen nebeneinander in der Videoplayerleiste zu sehen sein sollen, wähle unter Kinomodus zusätzlich die Option Auswahl direkt anzeigen.